Wir haben jetzt sozusagen zwei Jahre Reisearbeit in den Film reingesteckt und heute sind wir sozusagen am Ziel angekommen. Aber es ist eigentlich nur eine Zwischenstation, weil so viel kann ich euch versprechen, es wird danach weitergehen, also es wird noch mehr von daraus geben und insgesamt kann ich sagen, wir sind unheimlich stolz auf den Film, der jetzt dabei rausgekommen ist und wer mich kennt, weiß, dass ich mit solchen Ausdrücken sehr vorsichtig bin und es ist wirklich so. Also alle, die gedacht haben, ihr könnt wirklich stolz auf euch sein und ihr werdet es gleich sehen, dass ich hier kein Dampfplauder bin, sondern wirklich tiefer Heiser. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Film, vielen Dank, dass du mich mit ins Boot geholt hast, das war echt abenteuer, nicht nur für die Leute vor der Kamera, sondern vor allem für die Leute hinter der Kamera. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Film und ich hoffe, er kann euch so mitnehmen, wie ihr uns in der Arbeit bringen soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Alles andere könntest du jetzt auch nicht sagen? Nein, was ich heute gesehen habe auf der Leinwand hat mich schwerst beeindruckt, schwerst beeindruckt, Davide und du, wir haben beide da was ganz Tolles geschaffen. Die Schnitte, die Aufnahmen, die Musik, ich fand auch die Aufnahmen mit den Drohnen ganz toll, also von oben auf die Stadt, es hat alles, es war super. Die Leistung der einzelnen Schauspieler, es hat mir explizit gut gefallen, also ich finde es ganz toll und ich freue mich sehr, wenn wir weitermachen. Ja. 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 Ja.